Kapitel 22 Die Golfplatzarchitektur designierische Kapriolen Im 22. Kapitel unserer Erkundung der Humorwollen Seiten des Golfsports richten wir den Blick auf ein Element, das sowohl Bewunderung als auch Verwirrung hervorruft, die Golfplatzarchitektur. Jeder Golfplatz ist ein Meisterwerk der Landschaftsarchitektur, doch manchmal scheinen die Designer mehr auf Kapriolen als auf praktisches Spiel auszusein. Beginnen wir mit der Kreativität und Vielfalt der Golfplatzdesigns. Von sanften Hügeln bis hin zu tückischen Wasserhindernissen, von versteckten Sandbunkern bis zu knifflig platzierten Bäumen jeder Golfplatz ist einzigartig. Diese Vielfalt sorgt für ein abwechslungsreiches Spielerlebnis, kann aber auch zu Momenten des Staunens oder der Frustration führen, besonders wenn ein scheinbar einfacher Schlag durch ein unerwartetes Hindernis erschwert wird. Dann gibt es die oft extravaganten und manchmal fast absurden Elemente einiger Golfplätze. Teiche mit Fontänen, künstlich geschaffene Inselgrüns oder Bahnen, die mehr wie ein Labyrinth als ein fairer Golfkurs aussehen, können Spieler sowohl amüsieren als auch herausfordern. Die Frage, wer denkt sich so etwas aus, ist ein häufiger Kommentar unter Golfern, wenn sie mit besonders ausgefallenen Design-Elementen konfrontiert werden. Die Komik entsteht oft aus der Interaktion der Spieler mit diesen Design-Elementen. Die Versuche, einen Ball über einen scheinbar endlosen Wassergraben zu schlagen oder aus einem tiefen Bunker herauszukommen, der mehr einer Sandpfahle aus einem Abenteuerfilm gleicht, sind Szenen, die sowohl Bewunderung für den Spieler als auch Schmunzeln bei den Zuschauern hervorrufen. In diesem Kapitel haben wir die Welt der Golfplatz-Architektur betrachtet, ein Bereich, der sowohl für seine künstlerische Kreativität als auch für seine manchmal übertriebenen Herausforderungen bekannt ist. Die Architektur eines Golfplatzes ist mehr als nur die Summe seiner Teile, sie ist ein Schlüsselelement des Spiels, das sowohl die Fähigkeiten als auch den Humor eines Golfers auf die Probe stellt.